Ich hoffe doch, dass ich das auch mal irgendwann lösen kann. Ah, schade, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir wahrscheinlich auch wieder mit so einem Supersprung hin oder so. Kommen wir hier runter? Nee. Tja. Liebe Freunde der Gesangsunterhaltung. Was machen wir denn? Wo müssen wir lang? Da oben ist noch was, gucke mal. Da ist auch noch so ein Ball. Aua. Vielleicht können wir... Wir machen das. Wir schaukeln erstmal wieder. Warte mal. Erstmal hier speichern. Ach, geht nicht. Okay, dann dürfen wir nicht in diese Dings reinfallen. Vielleicht können wir uns ja mit den anderen Dingen auch so entsprechend hochschaukeln. Dass wir dann so weit nach oben links springen können. Das wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Das ist uns nämlich vorhin gar nicht aufgefallen, weil wir diese Kugel nicht gesehen haben. Okay, knapp daneben ist auch vorbei. Dürfen nicht so schnell machen. Dann müssen wir immer den richtigen Moment abpassen, wenn wir... Ach, siehste. Das war nämlich der falsche Moment. Na. 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 Na, mal schauen. Also, ich versuche es weiterhin. Mal gucken. Können wir ein bisschen beim Schaukeln zugucken. Das ist wahrscheinlich auch relativ spannend. Können wir mal gucken, wie weit wir das zum Schaukeln bringen können. Ach. Verdammt. Verdammt. Wenn ich an meinen ersten Versuch hier denke mit der Schaukel... Das ist aber jetzt schon ein bisschen professioneller geworden, sage ich mal. Nein. Mist. Jetzt haben wir es wieder... So viel dazu professionell und so. Okay, das schaffen wir scheinbar nicht. Ach, ja. Gute Idee. Mal wieder Umsetzung schlecht. Ja, was ist denn hier? Wo... Wo sind wir denn noch nicht gewesen? Okay. Na gut. Ich mache jetzt erst mal Schluss für diese Aufnahme-Session... und werde hier speichern. Und dann werden wir mal gucken, wann wir das nächste Mal weiterspielen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht habe ich bis dahin herausgefunden, wie ich hier... Okay, speichern kann ich da gar nicht. Ich brauche Energiebällchen. Das heißt... Wir gehen nach unten. Da können wir auf jeden Fall speichern. Und so, dann könnt ihr mir noch zugucken. So. Speichern. Okay. Gut. Alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Und hat mich gefreut, dass ihr hier zugeschaut habt. Und ja. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss. Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Nochmal. Das ist gut. Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir spielen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Und... Ich hoffe... dass die... dass der Speicherpunkt, den ich gerade ausgewählt habe, auch der richtige ist. Okay. Wir schauen noch mal auf die Karte. Und wir müssen noch mal schauen, wie wir jetzt am besten dorthin kommen. Denn... Wir hatten das Problem, dass wir... Ja, nicht so richtig wussten, wie es dann weitergeht. Und hier oben links, da konnten wir ja auch nicht weiter, weil dort dieser... Oder? Oder habe ich da was vergessen? Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ähm... Hier sind überall noch so eine Portale gewesen. So eine Energieportale. Warte mal. Nicht Energieportale. Die zerstörbaren... Äh... Denn... Wir müssen auf jeden Fall hier oben noch rein. Das ist halt so ein Punkt, wo wir aktuell gar nicht lang kommen. Ähm... Wir versuchen aber noch mal... Wir versuchen auf jeden Fall, äh... Noch mal hier oben links hinzukommen. Hier quasi. Das hier. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht sicher, ob wir... Ob wir dort probiert haben, langzukommen. Okay. Halt. Ich wollte noch mal schauen. Wir sind jetzt... Wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind jetzt... Ah, hier unten. Da müssen wir links nach oben. Und uns am besten hier wieder durcharbeiten. Okay. Na, schauen wir mal. Das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Wir können derzeit noch ein bisschen XP sammeln. Oh. Na. Die kleinen Energiekügelchen können wir schön einsammeln. Gibt uns wieder ein bisschen XP. Ein bisschen Leveln und so weiter. Okay. Moment. Jetzt sind wir, glaube ich, zu weit gelaufen. Wir sind nämlich jetzt schon da unten. Ähm. Ach so. Okay. Wir hätten... Wir müssen doch noch mal zurück. Hm. Hm. Also doch wieder hier hoch. Das war schon ganz richtig, dass wir hier versucht haben, langzukommen. Hier ist nichts mehr. Das haben wir alles eingesammelt. Okay. Sieht gut aus. Eine Seelenverbindung ist bereit. Wir könnten höchstens dann schon mal speichern. Jetzt sind wir hier oben. Wir müssen unten lang. Ich speichere hier. Geisterhöhle und Hohlhain. Wenn wir durch die Geisterhöhle gehen, dann können wir auf jeden Fall oben links. Ansonsten... Welcher Part ist denn am schwierigsten gewesen? Ich glaube... Ich glaube... Der rechte... Der rechte Weg war... ...nicht so einfach. Wir sind auf jeden Fall schon recht stark geworden. Ach ja, genau. War vielleicht jetzt doch nicht so der einfachste Weg hier. Oh! Nein! Oh, oh. Das tat weh. Oh. Heh. Mist. Ja, nur gut, dass wir gespeichert haben. So, der Jump-and-Run-Experte bin ich jetzt nicht. Lebens-Energie-Bällchen eingesammelt. Ich bin mal gespannt, wann wir den vierten Energieball einsammeln können. Oh! Mensch! Das hat doch... Das hat doch das letzte Mal nicht so blöd geklappt. Hm. Gute Frage. Wie kommen wir denn eigentlich dort oben rein? Gibt keinen anderen Weg, oder? Oder gibt es hier noch so eine Art... So einen Doppelsprung haben wir ja nicht, ne? Da kommen wir auf jeden Fall nicht rein. Okay, das geht auch nicht. Das ist schon merkwürdig, also... Hm. Ich habe keine Idee, wie wir da unten zu diesen Energiebällchen kommen. Das sieht nämlich auch gar nicht danach aus, dass es hier in irgendeiner Form einen Eingang gibt. Vielleicht gibt es dann später hier von links. Also wenn wir hier... Hm. Schwierig, ne? Oh. Ich Idiot. Ich würde sagen, wir speichern einfach mal. Weil Seelenverbindung ist sowieso bereit. So. So. Jetzt habe ich den Energiebäll nicht gesehen, der gerade... Na. Und sofort gestorben. Der kleine Kacker ist doch nicht so stark, dass man das mit einmal hier schafft. Moment, jetzt bin ich auch wieder tot. Ich stelle mich dann doch etwas ungeschickt an, würde ich mal behaupten. Aber wie gesagt... Ein Jump'n'One-Experte ist auf jeden Fall etwas anders. Okay. Jawohl. Das ist mir nämlich beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, dass wir hier noch einen Weg haben. Und ich würde das auch nochmal speichern. Ach. Mist. Falsche Taste. Tal des Windes. Oh. Oh. Ein Rabe. Oder was das ist? Der ist aber ganz schön stark. Ah. Ein Fähigkeiten-Zelle. Mhm. Könnte man jetzt eigentlich... Ich kann den, äh... Dings gar nicht aufrufen, den Fähigkeiten-Baum. Das geht scheinbar nur mit aufgefüllter... Ach ja. Hm. Hier ist noch so eine Krähe. Oh. Das hat natürlich nicht geklappt. Jetzt wissen wir ja, wo wir dort lang müssen. Und dass wir kurz davor am besten nochmal speichern. Und zwar hier. Jawohl. Ja, das hat er sich so gedacht. Okay. Jetzt können wir's. Jetzt können wir den Fähigkeiten-Baum nutzen. Auch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall hier nochmal speichern. Denn wir haben hier die Fähigkeit, Speicherpunkte doppelt zu benutzen. Oh. Ah. Verdammt. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein jetzt. Gleich hier in diese Richtung. Können wir das hier zerstören? Ich glaube nicht. Das müssen wir wahrscheinlich... Wir können sowieso nicht runtertauchen, ne? Wir haben nicht so viel Energie. Oh. Wir haben uns getroffen. Ah. Verdammt. Es ist schwierig mit nur zwei Energie... Äh, Lebensenergie-Punkten. Hier, äh, ein bisschen was zu reißen. Mist, 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 Mist. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, ich sehe nichts. Ah, das gibt's doch nicht. Also, ich stelle mich jetzt aktuell ganz schön ungeschickt an, muss ich sagen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Sorry, dass ihr das jetzt so miterleben müsst. Ähm, okay, warte mal. Ich gehe nochmal hier runter. Hier war, glaube ich, noch irgendwo... So ein... Ne. Ich gehe mal in die andere Richtung. So ein bisschen Lebensenergie auffüllen. Könnten wir nochmal speichern. Hm. Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Okay. Stimmt, hier ist ja nochmal unten dieser... Dieser Energieball. Und... Ich glaube, da brauchten wir auf jeden Fall einen höheren Sprung. Also die Fähigkeit für einen höheren Sprung, denn das haben wir aktuell noch nicht. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wieder nach oben kommen. Das ging ja, glaube ich, hier, genau. Und guck mal hier. Hier haben wir noch ein grünes Energie-Lebensbällchen. Und hier ist noch so ein blaues Energiebällchen. Jawohl. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Ups. Ich bin runtergefallen. Achso, ich bin doch schon hier gewesen. Ach ja. Kleiner Tollpatsch. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder drei volle Speicherpunkte, sag ich mal. Und... Energiebällchen. Jetzt werde ich auf jeden Fall nochmal schauen. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt eine Lebenszelle wieder her. Das hört sich auf jeden Fall schon gar nicht mal so verkehrt an. Und dafür benötigen wir sowieso noch den Stoßen und die Feuerflamme. Und ich schätze mal, das ist eine Fähigkeit, die wir erst im Laufe der Freischaltung von den Leveln bekommen. Okay. Da wir... Ultra-Geister-Magnet würde ich jetzt erstmal nicht nehmen. Ich nehme das hier. Bekommen wir dann beim Speichern eine neue Lebenszelle quasi wieder. Können wir hier gleich mal speichern. Das geht, glaube ich, nur mit X. Genau. Perfekt. Und schon sind wir wieder aufgeladen. Und jetzt versuchen wir mal hier in den... Warte mal, hier kommen wir B. Spiel gespeichert. Sehr gut. Oh. Ist das schwierig? Ich würde dennoch hier nochmal speichern. Nein. Jetzt habe ich außersehen das Ding aufgeladen. Ach, Mensch. Also. Ich würde mich околоeln. Ich würde da. Alright. Ich würde michwig sehr behalten.